hallo laute und herzlich willkommen zurück zu einem shop review hier auf meinem kanal wenn ich diese ganzen videos auf dem kanal gefallen und in zukunft auch kein stream und kein shop review whatever verpassen wollt dann hast du gerne ein abo und like da würde mich auf jeden fall extrem supporten und schreibt auch gerne mal in die kommentare rein was ich vielleicht noch für videos machen soll worüber ich videos machen soll oder was ich generell an meinem kanal oder meinen videos verbessern soll und ich würde jetzt sagen wir switchen rüber in item shop und gucken was heute wahrscheinlich wieder für neue oster skins drin sind wir haben hier auf der linken seite den hopper skin ich glaube das ist da ist es eigentlich auch der wildcard skin als so eine mischung aus dem wildcard und den havoc skin dieser twitch prime skin sieht auf jeden fall ganz nett aus vor allem nur 1200 wibachs dafür wenn man mal damit wildcard vergleicht 4000 wibachs ist das schon ein bisschen ja unfair aber sieht auf jeden fall ganz cool aus die farben sind eigentlich auch ganz nice und eben halt mit diesem schönen zweiten stil der auch wirklich extrem cool aussieht mit diesem schokoladenei oben drauf ist einfach ein witziger skin oster skins finde ich generell ganz nice eigentlich ja kann man sich auf jeden fall kaufen da haben wir die bunte brechstange sieht auf jeden fall ganz nice aus ist eben halt genau die gleich wieder wie beim wildcard skin dazu die passende spitzhacke außer dass sie ein bisschen nice design aussieht hat er immer auch den coolen sound 500 wibachs gehen dafür vollkommen klar kann man sich definitiv kaufen dann aber die schädelina die hat auch challenges für den zweiten stil für schädelina und auch mit einem zweiten stil für den rucksack man kann es jemand auch immer als die als dieser diesen stil haben sieht auf jeden fall ganz nice eigentlich aus wäre jetzt nicht so unbedingt mein fall 1200 wibachs lohnt sich doch hier aber auf jeden fall auch hat natürlich auch noch ein spitzhacker im schädelina spalter sieht auf jeden fall extrem cool aus wie ich finde einmal da auch mit verschiedenen stilen wobei ich den stil ich eigentlich richtig gern mag und ich finde der spalter sieht auf jeden fall extrem nice aus kann man sich definitiv kaufen habe nach langer langer zeit mal wieder tanztherapie ich glaube das war schon so wie ich das mitbekommen habe ich war natürlich zwischendurch auch im urlaub aber ich hatte ihn schon lange nicht mehr im shop gesehen finde ich auf jeden fall ein cooler im mode es wird sich 800 warte wie 800 wibachs genau 800 wibachs gehen dafür vollkommen klar lohnt sich auf jeden fall und dann haben wir die marktmeisterin ist auf jeden fall cooler skin eben halt auch so ein sushi skin hinten das rücken accessoire sieht auch extrem cool aus lohnt sich auf jeden fall haben wir showstopper ja ganz nice eigentlich der beat ist ganz nice ja kann man sich auf jeden fall kaufen aber den chaos charakter ist eben halt auch wieder so ein ödlern krieger ist jetzt nicht so unbedingt mein fall trotzdem 1200 wibachs für die details des skins passen auf jeden fall haben wir den wackelaugengleiter meiner meinung nach ein bisschen zu teuer sieht trotzdem ganz cool aus wenn man 800 wibachs übrig hat kann man den natürlich kaufen wäre jetzt auch nicht unbedingt das erst was ich mir kaufen könnte würde da war eine neue lackierung nämlich pastell druck finden die lackierung zum ost event finde ich echt nicht cool mit dieser komischen die dann farbe sieht definitiv nicht cool aus und dann würde ich sagen es wird schon über den rettet die welt shop was dort so alles neu ist sozusagen so wo die lamas enden ändern sich ja wir haben anhänger lama ist auf jeden fall ganz cool vor allem wenn man weil ja ein anhänger lama ist durchaus manchmal vor allem wenn es ein goldenes lama ist auch mal ein müdlicher anführer der überlebenden reinkommt ist glaube ich wirklich so eins der besten lamas neben dem super anhänger lama das würde sich nämlich auch eigentlich immer noch lohnen hier oster skins und eben der entschärfungsteam entschärfungsteam kyle ist jetzt nicht der beste skin beziehungsweise wenn ich der beste hält aber ich hoffe ihr schaut dann auch beim nächsten video wieder rein und bis dahin ciao